Die Stimme aus dem Jenseits Wir versuchen heute noch einmal mit unserem verstorbenen Mitglied Herrn August Friedrich Müller in Kontakt zu treten, der uns freundlicherweise ins Jenseits vorangegangen ist. Mit seinem Tod ist unser größter Wunschtraum in Erfüllung gegangen. Endlich haben wir unseren eigenen Verbindungsmann dort drüben im Jenseits, der uns ab heute in vielen Sitzungen über das Leben drüben berichten wird. Fangen wir also an. Schließen wir den Kreis, atmen wir tief und richten wir unsere ganze Konzentration auf das unsterbliche, geistige Selbst von Herrn Müller. Herr Müller, können Sie mich hören? Herr Müller, hier spricht Veronika Weinhagel von ihrem spiritistischen Zirkel. Können Sie mich hören? Herr Müller, geben Sie uns ein Lebenszeichen. Hier spricht der automatische Anrufbeantworter von Friedrich August Müller. Bitte hinterlassen Sie mir einen Nahbericht auf Band. Sprechen Sie nach dem Pfeiftvon. Äh, ich... Äh... Sprechen Sie nach dem Pfeiftvon. 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 Sprechen Sie nach dem Pfeiftvon.